ja hier ist wieder euer lord titan alias sein naten und liebes sc secret city ja also ich muss ehrlich mal sagen ich finde es faszinierend dass auf dem vergnügungsviertel parties gefeiert waren wie st christoph's day für schwule lesben aber behinderte außen vor gelassen werden und gesperrt werden aus der location weil man scheiße über sie redet ja also wird hetzen gegen behinderte unterstützt wird toleriert während die schwulen schön feiern ich habe damit ein problem ich habe sowieso ein problem mit sc mit secret city da dort gewisse leute wie gesagt scheiße reden hetze machen ich muss mir immer wieder an wenn ich ankomme eben von meinen freundeskreis dass man sie warnt vor mir ja dann möchte ich gerne mal wissen wovor sie waren das wird mir nicht erzählt hier wird nur eben erzählt dass man schlecht über mich redet dass man wie gesagt vor mir warnt als person was lächerlich ist ja anstatt dass man vor rechten waren die eben solche feige scheiße da aufbauen ja und diskriminierung hetze bin die ideologie und sonst ein scheiß erheben ja und mediatoren geuts und sonst war es sowieso nichts machen ja ich meine da können leute ihre hetze betreiben ihre diskriminierung ihre perversion über andere stellen ja und ich habe damit ein dickes problem ja auch wenn die anderen alle wegschauen ja die anderen sind alle wie drei affen augen zu ohren zu sie wollen nichts damit zu tun haben schön und dann sind es nicht meine freunde freunde stehen zueinander ja wenn ich ein kumpel habe ja und dann kommt mir jemand dumm oder labert den dumm an dass ich irgendwie sonst was wäre der würde den zusammen verhalten ja das ist ein kumpel das andere da sind doch keine freunde ja wenn jemand sagt er hat dazu keine meinung dann soll er sich verpissen ganz einfach peace euer lord titan alias und danken und secret city alter community richtigen oder sonst was kommt mal klar im sozialen bereich ja und sorgt man dafür dass es aufhört dass dort gehetzt wird diskriminiert wird verurteilt wird und blinde ideologie erhoben wird gegen anderes ja sonst habt ihr ein problem mit mir dass ich da mal richtig aufräumen werde ja und da werde ich kein blatt vom mond nehmen ja euer lord titan alias verdanken das ist der größte scheiß da in sc ja in secret city ja das muss man nicht auch sich sitzen lassen und es ist irrsinn es ist irrsinn was da abläuft ja unmenschlicher und die leute sagen dann auch noch das interessiert sie nicht und sie hören lieber die lalla als sich um probleme zu scheren das ist wie die drei afen weg gucken ja weg gucken weg hören nichts aussagen ja kein verstand benutzen keine bildung benutzen bloß einfach schule kann ich nichts mit anfangen brauche ich nicht brauche ich nicht an meiner seite ja verpasst euch peace